Der neue Alfa Romeo Stelvio ist das erste SUV in der Historie der 1910 gegründeten Marke. Konzipiert mit Premiumanspruch für die Mittelklasse dieser Fahrzeugkategorie, begeistert der Alfa Romeo Stelvio mit sehr guten Fahrleistungen, kräftigem Motor und dynamischem Design. Der Modellname Stelvio ist eine Hommage an den höchsten asportierten Pass in den italienischen Alpen. Den zweithöchsten in ganz Europa, das Stülsor Joch. Mit nahezu perfekt ausbalanzierter Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, der direktesten Lenkung im Segment, sowie einem modernen Fahrwerk mit innovativer Alpha-Link-Technologie, bietet der neue Alfa Romeo Stelvio Fahrvergnügen auf allerhöchstem Niveau. Das geringe Gewicht wird durch die gezielte Verwendung von Hightech-Materialien erreicht. So ist beispielsweise die Antriebswelle aus Kohlefaser gefertigt. Komplett aus Aluminium gefertigt sind die Motorhaube, sowie die elektrische Heckklappe, die Kotflügel und auch die Türen. Optimale Traktion und sicheres Fahrverhalten auch unter schwierigen Bedingungen garantiert das Allradsystem Alpha Q4. Abhängig vom Fahrzustand und Haftungsniveau jedes einzelnen Reifens verteilt der Allradantrieb Alpha Q4 das Motordrehmoment stufenlos zwischen Vorder- und Hinterachse. Das System verarbeitet Daten von zahlreichen Sensoren, um auf durchdrehende Räder zu reagieren. Bei normalen Farben arbeitet das System wie ein herkömmlicher Hinterradantrieb. 100% der Motorkraft werden an die Hinterachse übertragen. Erst wenn die Hinterreifen ihre Haftgrenze erreichen, werden bis zu 60% des Drehmoments zur Vorderachse umgeleitet. Dafür zuständig sind ein zusätzliches Differenzial, sowie ein aktives Verteilergetriebe, das sehr hohe Drehmomente in Sekundenbruchteilen bewältigen kann. Auf diese Weise werden optimale Traktion und besonders hohe Richtungsstabilität in Kurven erreicht.